Das Young Professional II Curriculum ist ein Curriculum speziell für Absolventen des Young Professionals und des Junior Professional Curriculums am ISB. Der Mehrwert liegt sicher auf der einzelnen Perspektive des Lernens noch mal neuer Tools, des Ergänzens der eigenen Beratungs- und Coaching-Kompetenz. Und der Mehrwert liegt sicher auch für die dahinterstehende Organisation in den beruflichen Feldern, in denen sich die Teilnehmern bewegen, um dort einfach noch mehr systemisch verankert, klug und systemintelligent über die Frage nachzudenken, wie wir heute Organisationen steuern, wie wir sie aufbauen, wie wir Beratung in Organisationen so anlegen, dass sie eine große Wirkung hat. Und dann geht es natürlich immer auch um die eigene Rolle, ob ich als Personalentwickler, als Organisationsentwickler, als interner oder externer Berater einen Unterschied machen kann, der tatsächlich auch der Organisation und den beteiligten Menschen hilft, noch wirkungsvoller in der Arbeit, in der Organisation zu sein. Und dann geht es natürlich auch um die Frage nachzudenken, wie wir sie aufbauen, wie wir sie aufbauen,